Herzlich Willkommen zurück meine lieben Fußball-Mauzis und auch Fußball-Mauzis heute mal mit einem kranken Baumi. Deswegen klingt meine Stimme heute auch ein bisschen anders als sie sonst klingt. Aber das macht nichts. Heute geht es gegen Hannover 96. Wenn ich ab und zu mal huste, es tut mir von Herzen leid. Hier wird es euch nochmal abgeklatscht. Da ist Anstoß und es ging auch direkt fulminant los. Wir springen in die 32 Minuten Kasteiknuss auf Reinhardt und der wird direkt mal von Hoffmann umgehauen. Nach 32 Minuten gibt es direkt mal den ersten Elfmeter für die Eintracht Frankfurt. Und es ist natürlich klar, wer den schießen wird. Wir sehen hier nochmal, er wollte gerade schießen, wird am Schuss gehindert und umgerissen. Hoffmann eiskalt. Kann man mal geben, den Elfmeter. Und der Elfmeter wird geschossen von unserem, ja, ich möchte fast schon sagen, Torschützenkönig Alex Meyer. Alex Meyer nimmt Maß. Alex mal Tritt an. 1-0 Eintracht Frankfurt nach 33 Minuten. Ja, da zeigt das an. Der dicke Oberschenkel, der hat getroffen. Der rechte, der dicke, rechte, starke Oberschenkel. Hier sehen wir nochmal kurz die Wiederholung. Der Torwart irgendwie gar keine Reaktion. Dann zweite Hälfte. Kasteiknuss raus. Wacklav Katlitz kommt rein. Und wenn der Katlitz kommt, da sagt gleich mal Fidi Feuerwehr. Also, es war Anstoß und es ging auch direkt fulminant los. Reinhardt auf Kamano. Kamano springt hier runter auf Chandler. Und dann springen wir in die nächste Szene. Und zwar Gittes auf Stendera. Stendera auf Katlitz. Katlitz versucht sich da durchzudribbeln. Findet nicht wirklich Platz. Steckt immer durch auf Stendera. Aber der Torwart von Hannover 96. Der Sieger. Dann nochmal. Jetzt springen wir in die 56. Minute. Kansano Gittes auf Meyer. Meyer aus der Drehung. Was ein Schuss. Und wieder ist Ciauner. Ciauner ist heute hier der Held des Abends. Der Elfmeter hat er verkackt. Aber hier sehen wir es nochmal aus der Drehung. Und dann haut der das Ding da raus. Und dann macht er den ganz lang. Aber der hat nicht viel gefehlt. Springt da knapp am Pfosten vorbei. Wir sind in der 74. Minute. Stendera auf Meyer. Meyer steckt durch auf Katlitz. Katlitz, den muss er machen. Außenpfosten. Das gibt es nicht. Das kann alles nicht wahr sein. Das zweite Tor wollte nicht fallen. Hier sehen wir es nochmal. Wer einfach schon besiegt. Dann. 78. Minute. Erditsch. Auf Sanbrano. Und dann ist irgendwie. Ich weiß es nicht. Irgendwie Kuddelmuddel. Und es gibt Elfmeter für Hannover 96. Wir gucken uns das Ganze nochmal in der Wiederholung an. Ich kann das so schnell gar nicht reagieren. Hier. Ja, das war aber auch blöd von Sobi. Er will da Kopfball machen und rennt da in den Abwehrspieler rein. Egal. Radetzky gegen Erditsch. Erditsch schießt und. Ach, vorbei. Meine Güte. Hätte aber auch Radetzky gehabt. Ganz davon mal ab. Und wir springen weiter in die 86. Minute. Hannover wollten nochmal den Ausgleich haben. Und gaben dafür alles. Was für ein Pass. Und das muss jetzt eigentlich das 1-1 sein. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Albornas oder wie er sich ausspricht. Schießt vorbei. Und dann nochmal Angriff für Frankfurt in der 90. Nein. Das war es dann. Nach 94 Minuten war Schluss. Abpfiff. Es blieb beim 1-0 für die Eintracht. Und ja, somit bleiben wir weiterhin ungeschlagen. Hier sehen wir nochmal die Siegespose. Und ja, Freunde. Wie immer freue ich mich über ein Däumchen. Ihr wisst. Bäumchen, Däumchen, Träumchen. Vielen Dank fürs zu Ende schauen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao. Aber wieder mit Unsicherheiten. Den muss Sippel einfach mal. Ja, da ist der Schwachpunkt der Mannschaft heute. Der kriegt ja heute irgendwie gar nichts gerissen. Der hat so Glück, dass der nicht wieder ins Tor gerutscht ist. Hier sehen wir uns nochmal mit der Hand. sind bis nach Istanbul. 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 Super. Dann wünsche ich erstmal einen wunderschönen Buongiorno alle miteinander. Mein Name ist Baumzweig.